Betreten Sie das Ödland! Zervos Buzzy Talks hier und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout. Ja, hallo lieber Olli, wie immer. Cool. Ah ja, und letzte Folge waren wir ja bei diesem Wavy Willards Wasserpark und haben herausgefunden, da ist ein Verbrechen passiert, Marco. Komm jetzt da, Marco, du hast den Politistenuniform. Können Sie schon früher Aussagen zu dem Treffen, also zu dem Fall? Können Sie schon was dazu sagen? Ich interviewe sie mit meiner Pumpgun. Ja, bitte, Alter. Ich mach das jetzt hier und dann werden wir weitere... Mit diesem Bart, Digga. Richtig hässlicher, Digga. Wie du da so stehst, Alter, in deinen Hintern, Alter. Digga, du tippst einfach mit der Waffe. Marco, das musst du dir mal in einem Video angucken. Guck mal, wie du tippst. Bamm, im Video. Diese Waffe ist kaputt. Ja, was soll ich denn da für ein komisches Holoband jetzt laden eigentlich? Keine Ahnung. Du sollst den Schlüssel untersuchen. Schließfachnummer da. Fach 010 zu vermieten, angenehm. Fach 011. Ah ja. Ah ja. Ah, ESC, du musst bei Schließfächer Fach 012 drauf gehen. Oder Fach 011. Eins von den beiden war's. Bitteschön. Pass auf mich auf, bitte. Ja. Was passiert? Du wurdest angegriffen, glaub ich. Ah. Da ist was explodiert. Gold! Okay, das mit dem Reparieren funktioniert ja nicht so wirklich, wie wir uns das dachten. Na ja, das musst du halt an so einer Werkbank machen, ne? Ja, aber das funktioniert nicht an der Werkbank. Dann gehen wir mal zu... Achso, ich hab da gerade echt Oli Pikes Haus gelesen. Otis Pikes Haus. Okay. Okay, wo ist das jetzt? Ah, okay, das ist hier. Ich hab's markiert. Hier. Oh ja, das ist eigentlich weit. Protestantenmarsch! Okay. Es tut mir leid. Testmarsch, natürlich. Ich hab... Mit mir ist grad ein bisschen so... Mit mir ging's grad so ein bisschen durch, Marco. Ist hochgekommen. Kannst du das bitte rausschneiden? Oh, da bist du in den Keller von diesem hässlichen Junge. Das schneid ich so rein, ne? Nee. So wie halt Newstime da auf der Artikel 13 Rede so ausgerastet ist, ne? Ja, wir haben in Köln mit 2.000 Leuten angefangen und dann eine Woche später waren wir bei 4.000 und heute sind wir noch größer und am 23. wird es richtig abgehen! Und da müssen wir auch richtig, richtig Stimmung machen! Ja, hier bitte gehen Sie an den Computer. Okay, was müssen wir überhaupt noch mal machen? Ach genau, mit Otis da. Du suche Otis Pikes Haus. Otis. Zählt das jetzt schon als Quest abgeschlossen? So, darf ich jetzt da mal hinterher gehen? Nein, ich bin noch nicht fertig mit der Quest, glaube ich. Pech gehabt! Ich kann das auch noch benutzen, ne? Ah ja, hast du jetzt auch das Findel... Ja, in den Damm von Grafton. Ja, okay. Damm von Grafton. Wo ist denn das? Ach Bruder, guck mal wo der ist, alter! Im Südosten. Noch weiter von diesem Gefängnis, wo ich war. Strafanstalt der östlichen Region. Öst... 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 Im Öst... Digga, bei mir sind die, ja? Wo ist die Tratsche? Digga, bei mir sind die, ja? Digga, bei mir sind die, Mutantenhund! War wem? Mutantenhunde vielleicht! Da sind zwei Super-Mutanten. Du musst nachladen, Marco. Oha! Oha! Ah! Alter, den habe ich gesehen. Den habe ich gesehen. Ich habe es dem anderen gegeben. Fette Pump-Hits. Komm, weg, 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 weg! Dirmelsäule! Loin! Oh, loin! Hund! Hilfe! Mutantenhund! Nicht sterben, Marco! Au! Nein, du musst nachladen! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Och, Mario! Och, Mario! Du kannst mich hochholen! Du kannst mich hochholen! Ja, aber da ist noch einer! Warte! Ich muss ihn erst killen! Okay, du hast 20 Sekunden! Ja, das kriege ich hin! Glaube ich! Und er hat so, 10 Sekunden später! Ja, ne! Das sind wirklich zu viele! Ja, du hast noch 10 Sekunden! Ah, ich bin tot! Ich habe nichts zum heilen, Marco! Vergiss es! Ich stehe genau in der Entschusslinie! Ja, gut! Dann respawn ich halt schnell bei dir! Ja! Oh nein! Ich bin tot! Komm, noch schnell respawn! Okay! Bist du da? Ja! Ich bin hinter einem Baum irgendwo! Gestorben? Ne, aber ich hoffe, er verfolgt mich hier nicht! Du immer! Wenn du sagst, du bist tot, dann sei auch tot! Oh Gott! Ja, immer hier falsche Hoffnungen machen! Was soll das? Das ist jetzt dein scheiß Ernst, Marco! Ich habe nichts zum heilen! Hast du irgendwas zum heilen? Äh, ne! Ich habe gar nichts! Wir müssen mal wieder nach Hause und dann Sachen erstellen! Nach der Folge, okay? Ja, ne! Ich lasse mich jetzt dann noch schnell umbringen! Ja, hier bist du gestorben! Da liegt dein Zeug! Du bist ganz am anderen Ende vom Gefängnis! Ich bin auf der anderen Seite! Geh nicht rein! Geh nicht rein! Ja, ich lauf außen rum! So weit weg bist du nicht! Pass auf, bei dir ist irgendwo der Typ! Ich glaube, der ist im Gefängnis oder so! Und da ist der Damm! Ja, fuck! Da sind noch welche! Ja, okay! Bist du gut! Nein, sind wir nicht! Ich habe jetzt das gute Jagdgewehr endlich ausgerüstet! Er hat mich halt dort hin gemacht! Was sollst du? Komm, kill ihn und dann holen! Ja, okay! Es kommen viel zu viele! Ja, warte, warte! Vielleicht kriege ich die! Ich habe ein gutes Jagdgewehr! Ne, ne! Ich bin schon tot! Diese scheiß Viecher! Digga, die sind zum Kopf! Vor allem sind sie so viele und auch noch stark! Ich muss weg! Ich muss weg! Los, Domme! Digga, die können auch noch rennen! Warum können die rennen? Der geht jetzt auf eine erhöhte Position! Ah, halt small! Der kann die Treppe hochlaufen! Okay, ich kann die hier übel gut outplayen auf der Treppe! Oh, jetzt nicht mehr! Wie auch sind das? Die sind echt zum Kotzen! Na ja, ich helfe jetzt oben! Ja, schnell! Hab wieder einen! So, ist das noch einer? Ja, bei mir! Warte, ich töte den schnell! Ach so, ein paar habe ich! Meine Fresse! Ich habe glaube ich drei, vier Leute geholt oder so! Digga, die sind echt zum Kotzen! Ich bin schon wieder halb voll, ne! Richtig traurig! Ja, jetzt bin ich voll! Wow! Ein, äh, Zeug meinst du? Mhm! Das ist belastend wieder! Oh, hier ist wieder so eine Power-Rüstung! Ich habe keine HP mehr! Oh, weil hier kann man den Schrott verwerten! Sehr schön! Oh, ja! Tschüss Schrott! So, jetzt habe ich nur noch 100! 65 Sachen kann ich nur mitnehmen! Fuck, wo ist meine... Ach, da unten! Oh Gott! Ich ruhe mich schnell auf dem Bett aus! Nein! Gibt's doch auch eins da? So eine labrige Matratze oder ne? Ich bin zu schwach, Marco! Ich bin zu schwach, Marco! Ich bin zu schwach, Marco! Traurig! Ich bin zu Star Trek-mäßig Computer! Ja, ja! Sie ist Star Trek-Fan! Ah, deswegen... Hat mir Eli erzählt! So komm, Marco! Hier runter, hier Marco! Komm her! Ja, ich fahr mich doch immer ein bisschen hoch! Oh! Alter, hier oben ist es spannend! Ach, hier ist es... Hä? Hier ist halt auch die Mission! Hier ist Tagebuch von Autos Pai! Freddy's Geheimnisse! Da steht das da? Ja! Sie haben in die Rohre geputzt und wer am meisten gestunken hat, hat einen Preis gekriegt! Ich hab gewonnen! Ich bin der Beste! Alter! Die Kinder von damals! Nimm dir das! Hier ist es, Marco! Gleich! Alter! Jetzt müssen wir nach Hinweisen suchen! Ich hab eins von fünf! Ja, dann komm mal hoch zu mir! Digga, die sind hier überall! Hier liegt so ne Leiche! Ja, komm hoch! Ja, einen Moment! Hier ist noch Loot! Tut! Du kommst jetzt da hoch! Da sind echt übel viele Hinweise! Ich find's gut, dass das alles angezeigt wird! Hier ist so ne Leiche! Da ist eben so ein Schlüssel! Und dieses Tagebuch von Autos drin! Ja, Mann! Das wird wahrscheinlich Autos sein! Ich schwib mir schon mal Richtung Treppe! Ha, das ist ein bisschen random irgendwie! Ja, das ist ja nicht sehr viel in dem Spiel! Dieses Tagebuch ist echt random! Ah, hier ist wieder ne Werkbahn! Kann man hier nicht hoch? Ja, doch! Hier ist die Treppe! Hier! Oder? Ach da! Ja, da sind auch noch die restlichen drei Hinweise! Ah ja, da! So, da ist Hinweis Nummer eins! Fretches Abenteuer Nummer 2! Ja! Kann super schießen! Ich habe eine Ratte gefangen, aber jetzt ist sie tot und nicht mehr lustig! Onkel Otis ist doof! Boah, dieser Junge, ne? So ein ekelhafter Mensch! Digga, was ist denn das für ein Mensch, Junge? Ich hab, glaub ich, den schon lang umgebracht als Erwachsener! He, so als Onkel? So, schau mal! Das hier ist ne Schlinge! Das hier ist ne Schlinge! So! Und die hängen wir jetzt da drüber! Und da hängst du dich jetzt auf! Dreckskind! Was kann ich denn die... Ach so, das ist für dich reserviert! Ich hab Freddys Abenteuer Nummer 3! Ja! Du musst dann wieder alles hochrennen, ne? Deswegen bin ich gleich erst oben geblieben! Ja! Ja, ne! Ich bin aus Versehen runtergefallen! Da war einfach so ne Lücke! Und ich hab's nicht gecheckt! Ich hab's! So, ich suche das Wood-Anwesen! Ernsthaft jetzt? Wo ist das schon wieder? Hä? Wo ist das denn? Ja! 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 Das hab ich auch! Kann man das nicht irgendwie Quest auf der Karte anzeigen lassen oder so? Warte mal! Daten! Das geht schon, ja! Ähm! Auf Karte anzeigen! Er! Ah! Da ist es! Und ja! Das ist südlich von diesem Krokodil! Westlich von, äh! Clarksburg! Neben dieser 96 da! Ah ja! Dieser kleine rote... Äh! Rote! Ja! Dieser komische Kreis da! Ja! Ich würde sagen, das reicht auch schon mal wieder für diese Folge! Abbruch! Das wär's! Ja! Wir machen nächste Folge weiter! Jetzt haben wir diese Rotzgöre da! Rausgefunden, was die mit ihrem komischen Random-Onkel da gemacht hat! Er ist das Mädchen! Nein! Aber Rotzgöre... Er hat selber geschrieben Rotzgöre! Also es ist zwar ein Junge, aber das kann man auch zu einem Jungen sagen! Und dann? Ich weiß! Mario Oberpaul! Pfff! So! Okay! Also Leute! Ich würde sagen! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Lasst ein Like da! Und... Ciao! Ciao! Ciao!